Musik Okay, Ella, ganz ruhig. Huh! Entspann dich, es ist alles gut. Es ist eine gute Idee, aber wir müssen jetzt nicht ausrasten. Hi! Ich beginne dieses Video sehr seltsam, weil ich sehr, 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 sehr glücklich darüber bin, was ich euch gleich zeigen kann. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich in diesem Video unfassbar schnell sprechen werde. Ich gebe mir große Mühe, sehr langsam zu sprechen. Okay, etwas Positives und etwas Negatives. Das Positive ist, ich liebe Karten und Briefe. Ich kriege so gerne Karten und Briefe und meine Freunde wissen das und meine Familie weiß das. Deswegen schreiben sie mir gerade zum Geburtstag und zu Weihnachten und zu Ostern und generell zwischendurch auch mal eine Karte, was mich unheimlich glücklich macht. Das Negative an der Sache ist, ich bin ein Messi und kann sie nicht wegschmeißen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viele Karten man so pro Jahr bekommt und wie viel Papier sich da ansammelt, kann man sich vorstellen, wie teilweise meine Kartenschublade aussieht. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wenn sie in der Schublade sind, stören sie ja nicht großartig jemanden. Aber mich stört an der Sache, dass ich sie gar nicht angucke. Ich behalte sie zwar, aber ich gucke sie mir nie wieder an. Sie kommen in die Schublade und irgendwann wühle ich das mal durch und denke, ach, Mensch, krass, die hatte ich ja auch noch und die noch. Aber ich habe nicht so richtig einen schönen Weg gefunden, um sie aufzubewahren und trotzdem angucken zu können. Bis gestern. Ich habe gebastelt. Mir ist eine ganz schöne Sache eingefallen, wie ich meine Karten besser präsentieren und aufbewahren kann und sie trotzdem regelmäßig angucke. Und ich dachte mir, vielleicht hat der eine oder andere von euch noch so einen Stapel Weihnachtskarten, die er irgendwie nicht wegschmeißen kann. Und ich habe vielleicht einen guten Tipp oder eine kleine Inspiration für euch, was ihr damit anstellen könnt. Das sind alle meine Karten von diesem Jahr. So viel Glückspapier. Und das ist ein alter Inselbuchumschlag, den ich vom Flohmarkt habe und den ich sehr schön finde. Ich fange mal mit den Karten an. Dafür stelle ich mein Loch auf eine Höhe ein und fange an, Trommelwirbel, die Karten zu lochen. Surprise, surprise. Das Einzige, was man beachten muss, ist, dass man Klappkarten immer an der geschlossenen Seite locht. Das mag einigen vielleicht sonnenklar gewesen sein, mir zuerst nicht. Wenn man nicht so viele Karten hat, kann man sie einfach in den leeren Buchumschlag kleben. Das geht bei mir hier offensichtlich nicht. Deshalb trenne ich den Buchrücken einfach mal von den Covern. Um die Schnittstellen so ein bisschen schöner aussehen zu lassen, beklebe ich sie einfach mal mit Washi-Tape. Und dann werden auch die Cover gelocht. Wer hätte es gedacht. Um alles miteinander zu verbinden, habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel einen Aktendulli nehmen. Dann könnt ihr zwar nicht umblättern, aber immer wieder neue Karten dazu tun. Ihr könnt aber auch ein schönes Band benutzen oder wie ich hier alte schwarze Haargummis. Einfach durchfädeln, zusammenknoten und fertig. Das Gummi hält alles wunderbar zusammen und man kann entspannt umblättern. Es sieht nur einfach nicht so schön aus. Vielleicht habt ihr ja noch Ideen, wie man das besser verbinden kann. Und so sieht mein Kartenbuch am Ende aus. Ich gebe zu, es könnte deutlich schöner sein. Ich war einfach so aufgeregt und musste das jetzt ungeduldigerweise schnell irgendwie fertig machen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, ihr werdet kreativere Ideen haben, wie man das Ganze gestalten kann. Man kann natürlich noch einen schöneren Buchrücken machen. Man kann es anders bekleben. Ich finde das so eine schöne Möglichkeit, seine Karten aufzubewahren, weil ich genau weiß, wenn das im Bücherregal steht, greife ich doch ab und zu mal danach und blätter mal durch und gucke mal, wer mir alles Karten geschickt hat und lese mir nochmal durch, was da für liebe Sachen drinstehen. Das ist gerade, glaube ich, nett für so einen Tag, wenn man denkt, keiner mag einen oder so. Ja, so eine Tage habe ich auch. Ich glaube, die hat jeder von uns mal. Wenn ihr Lust habt, macht das Ganze doch nach. Und wenn ihr Lust habt, schickt es mir doch wieder auf Instagram oder per Mail oder so. Ihr findet ja eure Wege, mir das zu schicken. Ich würde mich sehr, sehr freuen, denn ihr inspiriert mich ganz, ganz oft mit dem, was ihr macht, weil ihr so viel kreativer seid als ich, habe ich das Gefühl. Ich gebe zwar den Anschluss hier mit, aber ich weiß ganz genau, dass mein nächstes Kartenbuch garantiert cooler aussieht, weil ich mich bei euch so ein bisschen inspirieren lassen kann. Wenn ihr generell Projekte mögt, die in irgendeiner Form mit Büchern zu tun haben, dann verlinke ich euch hier mal mein Video, in dem ich euch zeige, wie man selbst ein Buch binden kann. Und wenn ihr auf eurer Vorsatzliste bis jetzt nur stehen habt, eure Karten zu organisieren, dann verlinke ich euch hier mal mein Video, in dem ich euch erzähle, was meine Vorsätze sind. Vielleicht könnt ihr euch da auch nochmal so ein bisschen inspirieren lassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr probiert es aus. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf und wir sehen uns Sonntag. Bis dann. Tschüss!